Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seyda. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie. Der Klan. Und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf. Dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich. Alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötwi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruhe dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Die Nurnir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Nein. Du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötwies Krieger. Die kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Was siehst du, alte Freundin? Ich muss sieksen. Geh. Ja,哇. Ein Mánuður muni koma bráðilega. 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 Ein Mánuður muni. Ein Mánuður muni koma bráðilega. 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 Ein Mánuður muni koma bráðilega.